Die Wetter Show. Willkommen zur Wetter Show. Wie immer beginnen wir mit einem Blick auf die Europakarte. Wie sieht es da im Moment aus? Sie sehen, 26 Grad hat es in Lissabon, 35 in Madrid, 25 in Paris, nur 22 in London, 20 in Berlin, 26 in Wien, 28 in Rom, 27 in Bukarest. Der freundliche Eindruck überwiegt, es gibt viel Sonnenschein. Wir schauen als nächstes zur Österreich-Karte. Beginnend im Westen, 23 Grad hat es in Bregenz, 27 in Innsbruck, 23 in Salzburg, in Linz und in Zwettel, 25 in Lienz und in Lietzen, 26 in Klagenfurt, in Graz und in Wien. Dazu ein Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern. Als nächstes schauen wir zur 24-Stunden-Prognose für den Westen. Und da sehen wir, morgen am Nachmittag sind einige Regentropfen möglich. Dazu gibt es Temperaturen bis zu 29 Grad. Wie sieht es im Osten aus? Hier ist die 24-Stunden-Prognose. Ähnliches Bild, auch morgen im Osten einige Regentropfen mit dabei. Dazu wird es nicht ganz so warm. Bis zu 24 Grad sind möglich. Wir schauen als nächstes zur Prognose für den Westen. Und zwar für die nächsten sieben Tage. Sie sehen hier, es wird zu unbeständig die nächsten Tage. Sonne, Wolken, Regentropfen, alles mit dabei. Ein richtiger Mischmaschhaufen. Und dazu gedämpfte Temperaturen. Mehr als 20 Grad sind nicht mehr drin. Hier ist die sieben-Tages-Prognose für den Osten. Da sieht es ähnlich aus. Morgen gibt es nochmal bis zu 27 Grad. Und dann kühlt es ordentlich ab. Dazu ein Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern. Wobei die Wolken dominieren werden. Soweit also die Wettershow. Vielen Dank fürs Zuschauen.